Sehr geehrte Frau Stadtverordnung, Frau Steele, sehr geehrte Damen und Herren. Ich finde das sehr ganz interessant, was ich hier jetzt gerade von Ihnen so gehört habe. Also, erst einmal, dass Herr Waffke und ich ein sozialistisches Geschichtsbild vertreten. Das könnte was damit zu tun haben, dass wir Parteien angehören, die aus der Tradition der sozialistischen Arbeiterinnenbewegung kommen und die auch zu den ersten gehörten, die tatsächlich von den Nazis verfolgt wurden und diesen Terror erledigt haben. Deshalb ist es in der Geschichte unserer Parteien wahrscheinlich einfach auch nach wie vor so, dass es eine besondere Sensibilität gegenüber dieser Geschichte gibt. Kann man nicht von allen sagen. Das Zweite ist, ich habe mich bei Herrn Römer noch gewundert, wie Sie sich gewunden haben, in Ihrem Redebeitrag darum, einem Antrag zuzustimmen, der im Prinzip Ihren in der Sache noch nicht mal so richtig widerspricht. Wir fordern ja nicht die Aberkennung einer längst erloschenen Ehrenbürgerschaft, sondern wir wollen feststellen als Stadtverordnete, dass die Ehrenbürgerschaft nicht mehr besteht. Wir wollen, dass die Stadtverordneten sich mit diesem Beschluss von der Person und dem Bürgermeisterkurs distanzieren und seine Teilnahme an der Etablierung der faschistischen Diktatur verurteilen. Das ist der Antragstext. Und wir wollen darüber hinaus auch noch, dass das nicht einfach nur verschwindet, sozusagen. Klar soll aus der Liste der Ehrenbürger gestrichen werden, aber es soll auf der Website der Stadt dokumentiert sein, dass Hindenburg nicht mehr Ehrenbürger ist und brauchen das Liste. Das ist doch völlig klar. Ihren Antrag, den können wir gerne diskutieren, der besagt bloß im Hinblick auf unseren Antrag relativ wenig. Und Ihren Antrag würde ich, und das beantrage ich hiermit, in den FIVIKO verweisen, wo man dort noch mal in Ruhe über die einzelnen Punkte diskutieren kann, denn da sind ja tatsächlich komplexe Regelungen betroffen, die gehören nicht mal eben mit zwei, dritten Mehrheit auf die Tagesordnung geknallt und dann durchgepaukt, sondern das muss man im Ausschuss erstmal diskutieren. So, und ich meine, und das finde ich tatsächlich äußerst skurril, hier eine Scheu davor wahrzunehmen, überhaupt sich mit der Person Hindenburgs eines ehemaligen Ehrenbürgers dieser Stadt kritisch auseinanderzusetzen und auch eindeutig mal namentlich sich von dieser Person zu distanzieren. Das wundert mich, das irritiert mich und ich kann von demokratischen Fraktionen eigentlich nicht verstehen, wo in dieser Scheu besteht. Vielleicht können Sie mir dazu ja noch genauer was erklären. Nichts zuhören?